Fifi und ich auf der Suche nach der Handbrüche. Lauf, Fifi, lauf. Lauf, Fifi, lauf. Lauf, Fifi, lauf. Lauf, Fifi, lauf. Such, Fifi, such. Du, Fifi, das ist das Rotkäppchen. Such die Hand des Teufels, Fifi. Such die Hand des Teufels, Fifi. Such die Hand des Teufels, Fifi. Nach der Vertintenstärkung ist Fifi fündig geworden und hat die Hand des Teufels gefunden. Frei aus dem Englischen übersetzt, Devil's Finger. Glatrus acheri oder Tintenfischpilz. Ein Pilz der Gattung der Gitterlinge. Sein Verbreitungsgebiet Australien, Tasmanien und Neuseeland. Seine Sporen wurden vermutlich über Woll- und Militärtransporte nach Europa eingeschleppt. Erstmals in Österreich wurde er 1948 nachgewiesen. So spektakulär wie sein Erscheinungsbild ist auch seine Entwicklung. Er wächst zunächst als kleines Hexenei rasch auf 3-5 cm Größe, bis sich das im Innere liegende Rezeptakulum streckt und die Peride, die Hülle des Hexeneis sprengt. Wenn sich dann die Tentakel sternförmig aus dem Hexenei entfalten, wird die bestiale stiegene Kleber, grünlich-braune Sporenmasse, an den Tentakel klebend herausgehoben. Der starke bestialische Geruch nach verwesendem Fleisch lockt Fliegen an und verhilft dem Pilz, sich über den ausgeschiedenen Kot der Fliegen wieder zu vermehren. Kurz nachdem die Kleber verzehrt wurde, fällt der Pilz in sich zusammen und seine Reste bilden den Nährstoff für seine Nachkommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017